die schweine presaio danke noch faker dass du nachgeguckt hast dann gibt jetzt in dem bonus gelevel die tür geht auf ein schöner kugel willi wahrscheinlich irgendwie der rüber bolzen hier haben wir auf jeden fall ein abschnitt mit pilzen können wir nicht heben was soll denn der mies sich dran ist das tief lang natürlich nicht um uns umzubringen jungen gibt mal bescheid wie das game so drauf ist ich eine für hier ganz hinten gibt es dann den hammer damit wir da oben die scheibe dann eindotzen können dann können wir den amigo auf jeden fall hier mitnehmen jetzt haben wir der geschichte noch weiter vor oder was sagen bei meinem glück habe ich das ding jetzt nur einen meter rüber gesetzt da holen wir uns mal den pilz wir setzen den schön in the middle ok ich hätte jetzt gedacht dass der weiter aktiviert aber erst wenn er massiv ist das ist ein fucking drachen kühlschrank auf dem kopf fallen lassen sprinkleranlage müssen wir die drachen löschen kann sein geht das anscheinend ja damit auf den drachen drauf zu kommen langt es nicht schon alles was krach macht noch was was krach macht kann sagen rechner brennt sprinkleranlage ok müssen wir jetzt hier den 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 bränden rechner wollte er jetzt hier wirklich jede rätsel variante die in irgendeinem level mal kam jetzt hier durchkauen da ist der rechner runtergefallen verdammt da kommt mal wo der andere klotz noch von da hinten so sei recht nah da sei recht nah jawohl aber einfach mal stumpf den kopf in den boden gedübelt also eigentlich ich brauche den ich den pilz auch noch gebraucht ähhhhh alter Lass dich auch nicht verwegen, bewegen, entlegen, meinetwegen. Ja, da putzelt man durch. Also mal dem Drachen können wir jetzt ja auch nicht wirklich irgendwas vorbeischmuggeln, so ist es ja auch nicht. I see what you did there. Nice. Hallo Mal. Hallo Kuhu. Kann sein, die können wir bewegen, dann nehmen wir uns die doch mal mit runter. Vielleicht brauchen wir sie ja irgendwo. Jo, hau rein Mann. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas dagegen launchen. Okay, Kuh futtert auf jeden Fall. Wir müssen jetzt eine Mutantenkuh machen. Ich glaube, ich weiß, womit wir den Wal beleuchten müssen. Ha, 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 ha. Ah ja, okay. Okay, damit können wir auf jeden Fall wieder da hoch. Mal jetzt mit der entsprechenden Portal-Kanone uns darüber bolzen oder was. Okay, und da können wir uns dann rüber zum... Mal jetzt mal. Oh. Deswegen ist die Plattform auch da dran. Plupp. Ja, plupp. Ha, 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 ha. Kann man ja nicht unseren Willi-Kugeln lassen. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Untertitelung des ZDF, 2020